Überall, wo du hingeguckt hast, war es pink. Zumindest auf Social Media und das zum Anlass des neuen Barbie-Films, welcher ja Ende Juli in die Kinos kam. Bereits jetzt hat er über 1,2 Milliarden Euro eingespielt und allein in Nordamerika wurden fast 55 Millionen Tickets verkauft. Das sind immerhin 15% der Gesamtbevölkerung und auch in Deutschland hat er 40 Millionen Euro eingespielt. Ungeachtet dessen auch Millionen von Social Media Posts, alles war in pink. Man hat gesehen, alle waren in pink gekleidet, selbst in der islamischen Welt und auch im Westen. Schwestern, die mit pinkem Hijar, pink gekleidet, zu den Kinos gegangen sind und diesen Film sich angeschaut haben. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum erwähnen wir von Generation Islam dieses Thema? Ich meine, wir sind kein Channel, der jetzt Filme reviewt. Ich thematisiere diesen Film, weil Filme nie nur Unterhaltung sind und es auch nie waren. Und ganz sicher war es dieser Barbie-Film nicht nur ein Film. Gut, ich habe jetzt natürlich den Film selber nicht gesehen. Aber aus den Zusammenfassungen aus einem Video von unseren Geschwistern von OnePathNetwork konnte ich entnehmen, dass es in diesem Film letztendlich wieder um den Kampf der Geschlechter geht. Mann vs. Frau. Barbie und Ken kommen aus Barbie-Land, sind in die reale Welt gekommen und haben festgestellt, hier herrscht ein Patriarchat. Und Ken hat das gefallen, hat das in Barbie-Land umgesetzt und Barbie hat wiederum Barbie dann zurückgeobert. Also ein durch und durch feministischer Film. Und das hat man bereits im ersten Trailer dieses Films erkannt. Denn darin wurde ganz kurz die Geschichte von Barbie umrissen. Vor dieser Plastik-Barbie aus den 1950er Jahren gab es nämlich auch schon Puppen, die meistens Babypuppen waren. Und die Töchter haben dann damit Muttersein nachgespielt. Aus Sicht des feministischen Weltbilds natürlich eine absolute Katastrophe, dass Mädchen Mutter spielen. Und wie gesagt, diese feministische Propaganda zieht sich durch den ganzen Film. Jetzt könnte aber der Einwand kommen, das ist doch nur ein Film. Übertreibt ihr da nicht? Es wird dann auch sehr häufig gesagt, es ist doch nur eine Commody, es ist doch nur eine Satire. Vielleicht stimmt dir das Ganze viel zu ernst. Aber hier sei ganz klar gesagt, liebe Geschwister, dass solche Filme sehr wohl Einfluss auf uns haben. Vor allem auf unsere Jugendlichen und Kindern. Und das ist auch keine neue Erkenntnis. Bereits 2014 wurde doch von der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, kurz FSK, das kennt ihr vor allem bei Spielen und Filmen, steht dann FSK 6, 12, 16, 18. Also die Altersfreigabe wird von denen sozusagen festgelegt. In Kooperation mit dem Jugendministerium von Rheinland-Pfalz. Wie gesagt, wurde eine Studie veröffentlicht. Und da wurden 12- bis 15-Jährige befragt. Und da wurde zum Ergebnis festgehalten, dass Filme sehr wohl identitätsstiftend wirken können. Der Psychologe Albert Bandura hat bereits in diversen Arbeiten festgehalten, dass Medien und Filme, das Verständnis der Zuschauer in Bezug auf das eigene und das andere Geschlecht und auch in Bezug auf Themen wie zum Beispiel Geschlechterrollen sehr wohl beeinflussen. Und es gibt viele diverse Studien, die genau das belegen. Und was das Ganze auch noch bekräftigt, ist die Tatsache, dass das US-Militär seit Jahrzehnten massiv in Hollywood und in Filmproduktion investiert. Transformers, Top Gun, I am Legend, Man in Black, Jurassic Park und viele weitere Filme. Wir sprechen hier nicht von einigen Filmen. Wir sprechen hier von tausenden Filmen und TV-Shows, wo das Militär direkt investiert hat. Und der Deal, der dahinter steckt, ist eigentlich relativ einfach erklärt. Die Filmemacher bekommen vom Militär Ausrüstung, das heißt Panzer, Militärflugzeuge, teilweise auch Soldaten, die dann als Statisten fungieren, zu teilweise sehr günstigen, bis zu vielleicht sogar kostenlosen Konditionen. Und im Gegenzug hat das Militär, beziehungsweise beispielsweise die CIA, hier dann Mitspracherecht beim Skript und auch beim Endprodukt, das heißt also beim Endfilm. Und das wird natürlich genutzt, um das US-Militär immer positiv darzustellen. Mit anderen Worten, hier gibt es natürlich dann keinen Platz für Themen wie Rassismus im Militär, Gewalt gegen Frauen im Militär, Kriegsverbrechen vom Militär oder Drogenhandeln im Militär. Noch viel interessanter fand ich aber eine Studie aus dem Jahr 2020, in der der Einfluss von Hollywood-Filmen auf die pakistanische Jugend untersucht wurde. Ich fand diese Studie besonders interessant, weil wir hier von einer muslimischen Jugend sprechen, die im Gegensatz zu uns noch in einem mehrheitlich muslimischen Land leben. Und diese Studie kam zum Ergebnis, dass diese Hollywood-Filme einen erheblichen Einfluss auf das Verständnis rund um das Leben, rund um das Thema Geschlechterräume und dergleichen, auf die pakistanische Jugend hat. Zum Beispiel wurden hier Schauspieler wie Tom Cruise und Angelina Jolie zu Vorbildern genannt. Und es wurde auch allgemein von vielen Studenten, die befragt wurden, gesagt, dass dieser amerikanische Lifestyle als erstrebenswert erachtet wird. Wobei hier auch einige Studenten anmerkten, also die sprachen dagegen und haben angemerkt, dass diese amerikanische Kultur, die durch die Hollywood-Filme beworben wird, nicht mit der islamischen Kultur vereinbar ist. Und das ist ja offensichtlich. Die amerikanische Kultur fördert die freie Vermischung von Männern und Frauen. Sie fördert Alkoholkonsum, Drogenkonsum, Sinai und so weiter und so fort. Wir sehen hier also, dass Filme ein wirklich wirksames Instrument sind, um die Bevölkerung in ihrem Denken und in ihren Fühlen massiv zu beeinflussen. Und wenn wir das jetzt in den Kontext der islamischen Welt setzen, sehen wir und erkennen wir, dass diese ganzen Hollywood-Filme Bestandteil des westlichen Kulturimperialismus sind und insbesondere einen starken Einfluss auf die Jugend hat. Erzählungen wie in diesem Barbie-Film, in denen Frauen und Männer ständig gegeneinander ausgespielt werden und als Gegner gezeichnet werden, sind zutiefst zerstörerisch für eine Gesellschaft. So kann man keine gesunde, funktionierende, harmonische Gesellschaft aufbauen, in denen Frauen und Männer ständig im Wettbewerb zueinander stehen. Und vor allem für Familien ist das extrem negativ, die ja gerade das Rückgrat einer jeden Gesellschaft darstellen. Aus dieser Perspektive, liebe Geschwister, müssen wir solche Filme reflektieren und erkennen. Denn in genau solchen Filmen wird solch unislamisches Gedankengut verbreitet. Gleichzeitig müssen wir uns unserer islamischen Verständnisse vergegenwärtigen und müssen diese der Gesellschaft und auch unserer Community kommunizieren. Und daher möchte ich in Bezug auf den Barbie-Film hier einmal klarstellen, Männer und Frauen sind keine Feinde oder Gegner, sie sind einander Beschützer. Allah Ta'ala beschreibt uns dieses Verhältnis beispielsweise in Surat Al-Taube, wenn er sagt, Die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen sind einer des anderen Beschützers. Und dabei hat Allah Ta'ala dem Mann die Rolle der Qawama, der Verantwortung verdient. So sagt er in Surat Al-Nisa, Die Männer stehen in Verantwortung für die Frauen. Und das ist nichts, woran wir uns stören oder worüber wir streiten müssen. Dies, liebe Geschwister, ist eine verantwortungsvolle Position, die Verantwortung, die Frau im Islam zu versorgen und zu beschützen. Dies ist eine Position, die die Rechenschaftspflicht mit sich bringt. Eine Position, die dazu führt, dass jeder Mann, sei es Bruder, Vater oder Ehemann, von Allah Ta'ala befragt wird. Und zur Erfüllung dieser Verantwortung hielt der Islam die Ehefrau zum Gehorsam gegenüber dem Ehemann an, wobei er ihr auch Rechte gegeben hat, die der Ehemann nicht hat. Und das entspricht doch auch der Unterschiedlichkeit von Mann und Frau. Und da sind sich doch alle Völker zu allen Zeiten einig, bis auf natürlich den Westen und seine LGBTQ-Fraktion natürlich. Aber diese Unterschiedlichkeit bedeutet nicht, dass sich Mann und Frau in ihrem Wert bei Allah Ta'ala unterscheiden. Und genau das ist der Fehler im Westen. Sie stellen nämlich Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit gleich, obwohl es sich hierbei um zwei verschiedene Dinge handelt. Im Islam wird unser Wert und unser Rang bei Allah Ta'ala nicht durch unser Geschlecht definiert, sondern durch unsere Taqwa bestimmt. Filme wie Barbie, die ein anderes Verständnis von Geschlechter rollen, ein anderes Verständnis vom Ehe- und Familienleben propagieren, beeinflussen unsere Jugend, sowohl Männer als auch vor allem Frauen. Und deswegen liegt es an uns Muslime, zu erkennen und zu wissen, wer wir sind und was unsere Rolle hier auf dieser Welt ist. Letztendlich, liebe Geschwister, geht es hier um unsere islamische Identität. Unsere islamische Identität, die nicht nur durch diese Filme, sondern auch durch Politik und Medien in der Schule, aber eben auch durch diese Filme zerstört werden soll. Mit dem Ziel, dass unsere Kinder zu Feministinnen umerzogen werden. Und dadurch geraten sie häufig in Konflikt mit dem Islam und auch mit der Familie. Diesem Problem müssen wir Muslime uns entgegenstellen. Und diese Aufgabe belastet zuallererst auf Eltern und Geschwister, aber auch insgesamt auf uns als Gemeinschaft. Wir müssen das richtige islamische Rollenbild sowohl für die Frau als auch für den Mann uns und unseren Kindern und Jugendlichen vermitteln. Und das nicht nur als bloße Theorie, sondern es muss praktisch sichtbar sein in unseren Gemeinschaften und unseren Familien. Nur so wird es möglich sein, dass wir in zwei, drei Generationen hier im Westen immer noch gesunde islamische Familien mit einem korrekten islamischen Familienbild wiederfinden. Dies muss in allen Moscheen und auch auf YouTube und den anderen Social Media Plattformen vermittelt werden. Jeder Muslim, der öffentlich zum Islam aufruft, trägt diese Verantwortung. Und letztendlich sind genau diese islamischen Familien, wenn es denn mit der LGBTQ und Feminismuspropaganda so weitergeht, das letzte Bäuwerk in einer sich immer mehr zersetzenden Gesellschaft, die nicht einmal im Bestande ist, sich selbst zu produzieren. Zu wenig Kinder und eine alternde Gesellschaft. Ein Problem, das wir Muslime nicht kennen, wenn wir im Islam festhalten. Alhamdulillah. Verbreitet dieses Video. Wa barakallahu feekum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.